I will be the one to, let's go! Hallo! So, ja, hier sind wir mal wieder heute beim Gaming-Event. Es sind ein paar Leute dabei. Vielleicht kommen ja noch ein paar mehr dazu. Leider fehlen gerade Nitschki und Denise und Lexi. Aber Julia ist da, ne? Ja. Und die Sabrina ist da? Ja, natürlich. Und da sind noch ganz, ganz viele andere, die können uns auch mal Hallo sagen, wenn sie wollen. Denn ich sehe jetzt, entmute. Einfach nur... Oh, ja, bester Klau. Oh, ja, oh, ja. Gut. Das war jetzt etwas sehr laut. Aber kein Problem. Ja, das war sehr laut. Und auch nicht wirklich Hallo, aber auch kein Ding. Da bekommen wir gleich noch genug Aufnahmen. Wir werden das gleich einfach mal so ein bisschen einteilen in den Channel. Das werdet ihr aber alles mitbekommen. Wir werden noch kleinere Aufnahmen machen. Und ja, wir sagen Tschüss erst mal, ne? Ja. Tschüss. Bis dann. Tschüssi. Hallihallo, 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 hier ist mal wieder eure Schaudi, heute mit einem neuen Video von mir für euch. Und mit dabei habe ich so ein paar Abonnenten vor mir, die können ihm alle Hallo sagen. Wer war's? Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend. Wir spielen, suchen und... Hallo, meine Damen und Herren. Wir spielen, suchen und verstecken. Und zwar werde ich jetzt mal kurz auch hier hinschießen. Hier bin ich, dass ihr alle Bescheid wisst, ne? Die haben jetzt Zeit bis zur 10. Minute. Dann fang ich an zu suchen. Und ja, sie dürfen mich nicht töten. So, Eckstein, Eckstein, alles ist perfekt. Sein Presse, als ich komme. So. Da liegt immer so voll oft jemand. Das Schlechte ist auf Stück der Welt. Oh. Den ersten habe ich schon mal. Finde ich hier nicht auch irgendwie hoch? Ja, aber da ist keiner. Der Trick dabei ist, einfach jede Enke genau abzugehen. Dann kannst du nicht verlieren. Doch, doch. Nein. Er bleibt da. Bleck, guck mal, wo ich bin. Oh, mein Gott. 1.500 FPS, FDW. Scheiße, mein fucking Bein. Das warst du selbst schuld. Die ist, äh. Er sagt, schnitte. Okay, bye bye. Die schnitte. Wo bist du? Oh, der hat was dann versteckt, der hat. Das würdest du nie finden. Mach mal piep. Piep. Mach mal piep. Piep. Okay, das hilft aber irgendwie nichts. Ja, schon. Nichts. Hallo, Aline. Hier ist mal wieder eure Schauni mit einem neuen Video von mir für euch. Heute mal ein Schauni sagt, beziehungsweise ein Mitschnitt, wie das funktioniert. Das wisst ihr wahrscheinlich alle. Und ja, jetzt starten wir einfach mal so. Jetzt kommt mal bitte alle am Anfang hier zum roten Auto da. In die Mitte. Rotes Auto. Rotes Auto. So, wenn alle da sind. Oh, der ist. Da fehlen aber noch welche, ne? Wer fehlt noch? Der war mein Internet-Kottschalk. Okay, kein Problem. Wir warten noch. Ansonsten kommst du einfach gleich dazu. Okay, dann fangen wir jetzt an. Schauni sagt, stellt euch alle... Nee, geh weg. Da vor. Ich hatte gesagt, da vor, ne? Davor? Da vor. Das machen wir nochmal. Wir lassen mal hier am Anfang so ein bisschen Ruhe. Gnade walten. Okay. Schauni sagt, hinlegen. Schauni sagt... Immer im Kreis drehen. Schauni sagt, aufstehen. Ich hab gesagt, einmal. So. Eigentlich hast du ja jetzt schon gewonnen, ne? Aber es wär zu langweilig. Es ging jetzt schnell. Warum hört ihr mir da nicht richtig zu? Na, der eine ist noch nicht im TS-Bonnacht. Der ist von mir. Ich hatte verstanden, immer im Kreis drehen. Einmal. Okay, gut. Ich muss am nächsten Mal... Da musst du deutlich sagen. Ich brauche. Mein Gott, ey, da besser zuruhe. Das sind immer die Männer, weißt du? Da sagst du denen einmal was und die können... Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Nigi, führ sie in die Küche. Ey, nein, 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 nein. So funktioniert das nicht. Nein, Mann. Was funktioniert das? Nein. Also warum kommt sie nicht die Küche? Guck mal, der opt in der Ecke. Wie so ein scheiß Kind und denkt sich, ja, ich kämpfe dann mal. Ich bin ja toll. Ich heiß ja Nigi. Ich darf das. Aber nein. Mann. So, das machen wir jetzt nochmal. Nochmal. Ja, nein, 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 die verarschen mich. Ja, das ist mit seinen Nerven am Ende. Nein. Guckt euch das an. Das kriegst du jetzt alles dreifach wieder. Boah, das kann ja nur eskalieren. So, jetzt erstmal wieder einem roten Auto treffen. Ja. Auto, blau, saut, grüne Sau. Fällt doch mehr Leben ein, wenn es dir zu schnell geht. Schorni sagt, davor stellen. Ich bin drin. Dessen wieder gehen x Killers. Der ist von mir. Dann hat er jetzt Pech. So. Was machst du da? Der ist ja nicht mit der Zunge, das habe ich gerade gesagt. Jeder hat er halt Pech. Oh, nein. Nein, er muss einfach, er soll einfach gleich der Es kommt. Ich komme schon wieder nicht rein. Schorni, seid hinlegen. Hinlegen. So. Oh, ihr habt ja schicke Waffen. Darf ich mal gucken? Oh. 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 Okay, gut. Also. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn mit euch? Schorni sagt, aufeinander stapeln. Was der Fall. Ja, nicht den Teufel auf den anderen drauf oder so. Stapeln sollt ihr euch. Boah, der, der ist. Der schafft es auch noch? Okay. Okay, okay. Das lasse ich mal gelten. Schwul. Nur der, der unten liegt. Wer liegt denn hier unten? Okay, gut. Ähm. Horni sagt, hinstellen. Der hat Horni gesagt. Richtig. Ähm. Schorni sagt, einmal im Kreis drehen. Einmal. Das war mehr als einmal. Du hast nur welche Regieger raus. So. Max? Hallo? Hallo, Igel? Hallo. Schorni sagt mir hinterherlaufen. Schorni sagt mir hinterherlaufen. Der steckt durch, man kann sie heute nicht finden. Schorni sagt mir vorstellen. Mach sie es nicht. Es ist eine Falle. In die Küche. Die Schorni sagt springen. Nein. So. Gewonnen, gewonnen. So, dann werde ich jetzt mal auch nochmal ein Schlusswort sagen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war das Gaming-Event von nicht dieser Woche Sonntag, also von letzter Woche Sonntag, sondern von davor die Woche Sonntag. Und ja, es hat ein bisschen gedauert, bis ich es hochgeladen habe. Die Gründe habe ich auf Facebook geschrieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr nochmal Bock auf so ein Gaming-Event habt und vielleicht mal nur mit mir oder doch nochmal mit den Invincible Ladies, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten, ja, sehen wir uns im nächsten Video. Und ich sage adios, bis bald, eure Schorni.